Musik Musik Als hätte man es ihm im Vorfeld schon ein ganz klein wenig ansehen können, dem Max Grüner, denn mit einer enormen Selbstsicherheit, gut die hat er generell, aber mit einer enormen Selbstsicherheit ging er ran an diesen Parcours und als er gesehen hat, meine Güte, das ist mit enormem Anspruch, dann belächelte er förmlich das Ganze nur und man konnte erkennen mit großem Vertrauen in seinen achtjährigen Electric Blue, mehrfachs das Ganze unter Beweis gestellt, ich erinnere gerne an Glocke aus Befall.